Tag zusammen. Heute, wie der Zufall es will, können wir euch mal die X-E9 im Doppelpack vorstellen. Die erste gehört Michael aus Witten. Das ist eine von Baujahr 83 mit der kleinen Bremstrommel 123 mm und dahinter ist meine. Die kennt ihr schon aus einem Video. Die hat die große Trommel. Die ist von 85 mit 140 mm. Der Michael hat seine ein bisschen umgebaut. Da sind Akron Alufelgen drin. Kann man mal sehen hier. Schöne Tanktasche drauf, Lenkerpolster und Magura Armaturen mit einem anderen Gasgriff. Ansonsten ist die auch relativ original bis auf die umgebauten Felgen und so ein paar Kleinigkeiten. Ja, dann werden wir jetzt mal gucken, ob sie läuft. Mal einen Startversuch unternehmen. Ein Tritt. Drehzahlmesser geht nicht. Machen wir mal die nächste. Läuft. Ja, soweit X-E9 im Doppelpack. Macht's gut. Schönen Tag noch.